Ah, guck mal, da ist der Hammer. Was bedeutet das? Hast du den Hammer gesehen, zum Schluss? Ja, was bedeutet das? Wenn du richtig stehst, dann kann er dich bis ins Ziel katapultieren. Ich bin dagegen gesprungen, das ist nicht umgefallen. Oh Mann, oh ja. Das ist der richtige Weg. Ich glaube, für mich ist es das Ende. Ich kann es nicht mal schaffen. Oh, ich muss gar nicht schicken. Aber der Hammer hat mich getroffen. Hast du zurückgekommen? Nee, ich bin nach vorne. Ich habe es geschafft. Wer wollte? Ritter Parcours. Also ich finde, ich bin ganz gut. Oh, ja. Nur ein bisschen schwierig. Aber wir sind nebeneinander. Ach, ach, das ist der Fall. Gehst du auch ins? Ja. Oha. Ich muss aufpassen, dass du mich nicht aufspießt. Boah. Hm. ich habe es geschafft bei der ersten weise jetzt bin ich bei der zweiten die goldene mitte nicht schubsen kollege ach du bist vorne ich bin platz acht ich bin platz 11 was denkst du schaffen wir das dritte ich bin total ich war mal dieses band spiel machen wir müssen den großen block auf die linke seite gegangen bist du mit einem hecht sprung war ehrlich jetzt nicht mehr kommen nach rechts ich bin schon drüben warte komme ich gleich zu dir wo bist du? ich bin ja gewisse ich könnte einfach mal klappen würde halt ich fest ja, es ist eine Chance oh gott nein, ja, wo geht auch klar, dass ich durch den schlitz untergespalten bin ja, ich bin der letzte gewesen ja, hast du geschafft? ja ah, sehr gut vor mir war natürlich der schlitz also zwischen dem und der mauer und ich bin natürlich runtergefallen sonst hätte ich das minispiel auch geschafft ich habe keine ahnung wie ich das geschafft habe noch am ende verbindungsfehler ich kann dir leider nicht zuschauen ja, bei mir auch geil was? oh, scheiße oh, nee, das schaffe ich nicht ich bin durch Mann, ich war doch drüben ich bin durch ja? ja nee, ich schaffe es nicht oh, scheiße Mist tschüss 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 oh gott hier wird es nervig, glaube ich äh ja ja oh gott oh gott tt 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 ja, das sieht gut aus bei dir äh, wechseln liebe Poppe also sicht vielleicht bin er gleich okay, da war gut sehr gut oh, hier darfst du kind viel aber wie gut, dass ich nie Fehler mache oh, das wollte ich ja ich glaube, war ich vielleicht direkt darunter ah, sehr gut, dass die abgüsten oh nein oh nein oh nein so also ruhig da okay, da hält sich da nicht fest ah, sehr gut noch mich nicht nein scheiße oh, das könnte wirklich knapp werden oh ich sehe gar nicht, wie viel sich qualifiziert haben äh, ich sehe das auch nicht da muss man einfach nur durchschaffen ach so, sogar noch besser 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 okay ich hallo hi ich bleib ich ja ich auch hö ja das geschafft ja ja warum man nicht nicht schon da umgefallen das geht bestimmt auch gelbe ja 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 verdammt glücklichen dinger gelaufen diese gelben ach viel nutzen den hammer ja ich auch ich bin untergefallen ja 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 oh oh gott ich bin jetzt gleich bei gelb ja und und ich nehme die linke aber bringt auch gar nichts jeder er soll noch deine mitte wo ich bin ich gestorben ich bin da noch schaffen ja ich glaube schon da bin ich bis zu links in der sonic ah ich hab dich gesehen ja klar dann schubst du sie natürlich so wie ich tue ich es genau im letzten ding abkratzen oh puh die kugel hätte mich fast gekillt oh kamera oh nein also ich bin immer noch beim wolf man ja klar ich war ja klar dass jemand dann mich schubst du bist noch am leben oder ja ja ich bin jetzt bei diesen gelben ja und schaschlik spießen wenn man beim letzten ding nein ich bin jetzt auch bei den letzten ich wollte schon wieder vom allerletzten ding getroffen ja scheiße ja immerhin den letzten teil links links genau das hasse ich aber nicht so viele sind es und kacke rechts Ich drücke, der hält sich nicht fest. Der hält sich nicht fest. Alter, du schützt mich. Wie oder was? Der eine ist drüben. Jetzt werde ich die verhandeln, ich schütte die weg. Halt dich doch nur fest. Brüner Papagei. Schade. Aber 3. Eine Krone. Wir finden die Leute schneller. Wir sind die Leute schneller. Nämlich alle bauwolle. Schicken die? Tschüss. Hat mich der eine noch mitgemessen. Alter. Ich könnte einfach aufsachen. Bist du jetzt auch bei den Propellen? Ja. Ja. Ich probiere mich aufs Risiko. Nein. Aber ich lebe noch. Ich bin zwar drüben und rechts. Ja, ich bin auch rechts jetzt bei dir. Aber weiter hinten. Nein. Aber Gott, der kam. Nein. Oh, das war viel. Aber ich lebe noch. Nein. Na toll, ich bin in die Mitte gelandet. Ja. Ich lebe noch. Geil. Ja, 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 ja. Wie die da an dem Abhang stehen. Hi. Komm da rein. Ja. Ich gehe durch die Tür ganz rechts. Hier wird schon richtig sein. Das ist eine gute Startposition. Jawohl. 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 Und was denkst du hier aufs Safe Spiel oder auf Aggressiv? Oder nicht. Ja, neben wo ich gerade bin. Oh, stimmt. Die Türteile sind im Weg. Aber ich bin jetzt Platz 2. Oh, geil. Immer noch Platz 2? Ja, ich hab's gesehen. Die einzelne Tür da. Ja, ich bin zweiter. Na, wir kommen auch alle. Höm, 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 höm. So. Und da hast du. Beste 50 Prozent. Bitte nicht mit der Mauer. Schon besser. Und Fenster? Obwohl. Nein. Nee, doch nicht. Nee, doch nicht. Ach, ich bin vorne. Gute Position. Oh, hier ist doch egal. Wie schnell du bist. So. An sich hast du recht. Aber wenn du dann so schubsen. Ist man dann so nervig. Holzbecken, ne? Ich komme nicht über die Ball. Aber jetzt. Und jetzt wieder an den allerletzten Dingen erfreut. Na, ich bin untergefallen. Na, ich bin nochmal untergefallen. Oh. Ich war schon so weit. Au. Nein, ich dachte, ich würde es schocken. Ah, ich sehe dich. Na, Hilfe. Ja, du bist auch neu. Ja. Was? Ey, er erschützt mich. Da kann ich halt nichts machen. Ich bin raus. Oh, Hilfe. Ach, da bist du. Du bist bei Geld. Erfolgreich geschafft? Ah. Die Hofsterteile sehr hoch. Jetzt darfst du nicht verkacken. Oh, scheiße! Na, scheiße! Nein, nein! Nein! Die Hofsterteile sehr hoch. verstehen ich wie battle royale spielen wie so erfolgreich sind ich auch ich bin so weit nicht irgendwie jeden tag in der woche oder so zocken ich auch nicht mehr damit freuen und das hat mir noch gar nicht mehr heute noch nicht jedenfalls ich mache es mal so dass ich hier von einem zum nächsten bei dem greife ich nie durch was du von 9 und 10 also nicht einfach auf uns so was mag ich nicht ich bin jetzt bei ja ich habe es noch drei stück das leute fliegt und sie zwei noch die platten lösen sich hier noch nicht auf das das ist ja auch gewesen ich bin mir nicht sicher aber nicht gut 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 sind schon einige ausgeführt naja wäre auch zu simpel ich habe überlegt natürlich geilen salto gemacht sieht aus wie deadpool hier achte wo so ein roter ja nämlich haben zwei leute behindert weil ich will nämlich zurücklaufen neben mir bleibt hier rechts neben mir da kommt finale ist noch mal das eine spiel ich könnte es ja so sehr natürlich kommt auch noch jetzt und machst du dies mal auf safe oder auch alle weil sie nicht am anfang war ich so kamikaze halt ganz links aber die wackeln die ist auch schon richtig die schützen ganz schön nein nein von allen du kannst es noch schocken ja das machen wir auch safe sicher idioten er war ja wieder voll klar ja 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 ja